Happy Birthday Raul Raul. Happy Birthday Asad Mijar. Happy Birthday Raju Murmur. Happy Birthday Shalandra Pal. Happy Birthday Surinder Pazwan. Happy Birthday Fulgon Sahani. Entschuldigung. Happy Birthday MD Rejaul. Happy Birthday Xander Ortega. Happy Birthday Safi Kul Islam. Happy Birthday Rosmawati Silaban. Happy Birthday Arifin Rajaguku. Und ich spiele heute mal wieder auf die Feier mit dem BR Ranking. Viel Spaß. Okay, die erste Runde geht los und herzlich willkommen bei Red Dog Game. Wir hauen jetzt hier rein. Und ich hoffe ich werde erster. Ich habe gesehen es ist kein Spieler. Also ich denke es ist kein Spieler vorhanden. Nur ich und ganz viele MPCs. Fangen wir bei denen da mal an. Soll ich was Lilanes klitzern? Ne. Okay fahre doch hier an. Ich sehe der Start bei mir ist gerade wahrscheinlich nicht so gut. Weil ich sehr im Rückstand bin. Ich muss gleich fliehen vor der Zone. Ah hier schon mal der Shop. Jetzt weiß ich wo der Shop beim Bauernhof ist. Okay das fliehen geht hier ganz schnell. Rechts sind über solche... Oh yeah. Brauche ich nur einen. Warum lande ich hier wo ich bin? Haben die nichts besseres vor? Warum lande ich hier wo ich bin? Haben die nichts besseres vor? Geht schon. Zusammen. Die Zone. Die verkleidert sich jetzt schon. Ich bin noch gar nicht so weit. Oh ne war ein G36. Eigentlich wollte ich einen anderen Charakter nehmen heute. Hab ja gestern den gehabt. Gleich bei der zweiten Runde nehme ich hier einen anderen Charakter. Oh die ist ja noch besser wie ein G36. Zack 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 zack. Und oben ist ein Rucksack. Das ist gut. Da gehe ich auch gleich hin. Aber erst noch hier unten als einsamen was ich gebrauchen könnte. Aber nichts dabei. Nur der Rucksack gibt es doch nicht. Ah ein Magazin. Upsa. Und nochmal hier in der Scheune nach. Dann würde ich mal sehen. Dann würde ich mal sagen. Ich gehe nach hinten hin. Habe ich hier was gerade gehört? Was war das? Ich wurde angeschrieben. Ach da möchte ich hier jemand mit mir in Team spielen. In Team? Oh. Okay. Wo ist der Schlinge? Wo ist der Schlinge? Jetzt sind die Schlinge. Die Schweigen- wir stehen ganz viel da oben rennt keiner ich habe auch viele Klos im Hals mann mann hier nicht mal hier richtig also wie es aussieht laufen wir heute nicht zum so eine area Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. ja lass die antenne mich kämpfen das ist mir egal ich möchte dahin so jetzt müsste ich ja schaffen hier diese kommt noch keine scharfschutz munition brauche ich auch nicht okay wow 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 was ist denn hier schnell in das haus rein vielleicht muss ich ja gar nicht rein, ach doch ich renne rein schluchte 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 Killing spree! Killing spree! Killing spree! Killing spree! Killing spree! MPC! Puh, was bin ich denn heute? Oh, viele Punkte hier. Killing spree! Killing spree! Killing spree! Killing spree! Das wird jetzt richtig hart werden. Es ist auch noch sehr lecky hier. Hallo ? Irgendwie reagiert es auch nicht so richtig. Es wird schon schief gehen. Ich weiß nicht ob hier Spieler sind. Beim hochlagen ist er, beim starten von dem Spiel hat er aufgehört. Dann ging gar nichts mehr. Dann habe ich das Programm beendet. Und jetzt stehe ich mitten hier drüben. Mitten im Krieg. Dann habe ich das Programm aufgehört. okay mein erster kill die bessere weste das ist schon mal gut also übrigens ich habe den gleichen charakter genommen nur nicht die gleiche ja doch der ist der gleiche charakter nur ohne die erweckung es gibt sie einmal den charakter so wie er jetzt ist und einmal mit der weckung wenn er andere sachen anhat okay ich habe jetzt genug geld ich kann jetzt hier das dingens kaufen mensch was ist denn wie willst du ach bin krack k k k k k noch ein schuss er wollte sich heilen das gibt es doch nicht schauen was hat er gehabt geht schon zu ich wollte doch noch hier reingehen okay los geht's mich kann keiner aufhalten was auf dem dach ist der was gibt es doch nicht auf dem dach ich dachte gerade cool da ist eine truhe ich kann mir die truhe holen und dann ist bestimmt der drops gelutscht aber nein jetzt muss ich weiterlaufen 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 die lli dass die die Das war's für heute. So, weißt du gleich Munition? Ist ja nice. Okay. 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 Killing spree! 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 Oh Obstau We Das war mein Sieg, mein zweiter für heute. Im Prinzip schon der dritte. Ich habe schon einmal für TikTok ein Video gemacht und mein Mal ist danach. Diesmal habe ich es vorher gemacht, aber ist was für heute alles. Deswegen sage ich dem Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr nicht so überall seid. Danke, viel Spaß und Auf Wiedersehen.